Der Katadin Vario basiert auf einer neuen Technologie, die sich von anderen Wasserfiltern unterscheidet. Er lässt sich als einziger an die unterschiedlichsten Wasserbedingungen anpassen. In der Position Faster Flow produziert der Vario bis zu 2 Liter Wasser pro Minute. Ist das Wasser sehr trübe, kann der Keramikvorfilter zugeschaltet werden, um den Hauptfilter vor grobem Schmutz zu schützen. So kann der Vario auf einfache Weise an unterschiedliche Wasserbedingungen angepasst werden. Der Keramikvorfilter verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters, indem er die gröbsten Schmutzpartikel zurückhält. Er lässt sich mühelos reinigen, um den Wasserfluss jederzeit zu gewährleisten. Der Vario ist super leicht zu bedienen. Einfach den Vorfilter ins Wasser eintauchen und pumpen. Die einzigartige Technologie mit zwei Pumpkolben liefert bis zu zweimal so viel Wasser wie andere Filter. Der Variofilter kann praktisch mit jedem Wasserbehälter verwendet werden. Er lässt sich sogar mit Trinkrucksäcken verbinden und auf Trinkflaschen schrauben. Der Vario ist der einzige Filter mit einem nachfüllbaren Aktivkohlekern. Aktivkohle reduziert Chemikalien und verbessert den Geschmack des Wassers. So garantiert der Vario jederzeit sicheres und geschmacklich einwandfreies Trinkwasser. All dies zeigt, wie vielfältig der Katadin Vario ist. Er ist einfach im Gebrauch, liefert viel Wasser und lässt sich optimal an unterschiedliche Wasserbedingungen anpassen. Außerdem verbessert er den Geschmack des Wassers dank austauschbarem Aktivkohlekern. Obwohl er erst vor zwei Jahren auf den Markt kam, ist er bereits einer der meistverkauften Wasserfilter.